Heyo, willkommen zurück. Ich bin ziemlich erfolgreich unterwegs gewesen. Aber in der letzten Folge habe ich mich nicht aufstehen können weil ich einfach die Zeit ausfahre. Ich habe es jetzt zwischen zehn. Ich habe es jetzt eigentlich in einer ziemlich kurzen Zeit geschafft, dass ich zehn umbringe. Deswegen ist es schon geschafft. Da sehe ich diese eine Welt. Da ist eigentlich fast immer etwas los. Manchmal muss man ein paar Sekunden warten und dann dachte ich vielleicht nicht der Gegner auf. Aber ich bin jetzt da. Wenn man Motionen alle essen. Also außer wenn man die von ihnen lesen muss. Das ist eh klar. Wir haben keine Motionen. Wir brauchen Energie. Das ist irgendwie auch nicht immer alle Waffen auf Energie basiert. Also nur Leser. Weil meine Energieprobleme habe ich sogar irgendwie. Dann eh. So, auftragen brauchen wir euch nicht mal. Oh, das ist nice. So, wir können hier rein gehen. 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 Genau, was ich hier mal schauen wollte. Genau, Kontakte, genau. Und wir haben unser... Ich glaube, das ist das Auto. Ja, eben. Wir haben 2,8 Millionen inzwischen. Was ich jetzt schon eingekriegt. Ja. Äh, jetzt haben wir 5,5,6 Millionen. Wir freuen jetzt super. Das ist schön. Wenn wir befreund sind. Genau. Äh. Darum wird mir nichts machen können, oder? Ich will jetzt nichts. Da müssen wir weiter weg gehen. Ich meine, es geht. Aber ja. Wahrscheinlich wollen wir weiter weg reisen. Wir werden da viel mehr gegangen. Äh. Äh. Ähm. 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 Entschuldigung. Ähm. 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 Metacол. H geradeinyre., Huh. varar, aber das ging weiter weg. Ähm. Ähm. Ich muss das anziehen. Da hältst der Kopf. Ist das der? Ich schau noch mal. Ich hab schon mal so aus eurer Nacht standen, oder? Vielleicht bin ich jetzt nur jetzt bei Big. Ich hab noch die 1,2 Minuten zurück. Abbau. 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 Na, der andere Typ noch. Was war noch eine? Was war noch eine? Was war noch eine? Was war noch eine? Ähm. Ähm. Ich mag merken können eigentlich, wo es war. Ja man, das war das. Ich hab mich. Ah, ich hab mich. Oh, das ist. Ich hab mich, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist. Wir werden es eh klar sehen, weil wir wissen ja schon, es ist da in diesem Ring, ne? Man hat das nicht daran gesagt, es war jetzt immer nicht zu weibig. Man... Unglich war nur irgendwie ein Planeten zwischen oder sowas. Ich meine, jetzt habe ich eh schon 10 geschafft, ne? Ähm, nein. Jetzt haben wir schon 5 Millionen, dann haben wir 5 Millionen, dann sind wir schon auf 10, wohl vielleicht sogar bis 11. Dann haben wir nicht mehr so viel, äh, brauchen wir nicht mehr so weit bis zum, äh, na, Typ 7. Ja, kostet ja 17, haben wir gesagt. Beziehungsweise meine ich halt eben vor, wo es 10% billiger ist. Jetzt kann es 16 kosten. Oder sowas in die Richtung. Ich weiß, es wäre ja 1.7. 4. Also es ist knapp 16 und 16.3 in was oder sowas in die Richtung. Ich habe es immer jetzt nicht ausgeknippt. Also, das mache ich noch mal nicht. Aber jetzt müssen wir das halt oben bringen. Was ist doch noch nicht da? Wir werden sehen, wo wir näher sind. Ja, aber... Ich wollte gerade sagen. Eigentlich macht er gerade einen Scheiß. Ja... Ja... Aber er fängt manchmal fängt. Er ist jetzt bitte nicht aufsichtlich im BOS, weil es fängt auf den Planeten, ne. Der ist direkt auf dem Planetenzug geflogen, ne? Ja, jetzt macht jeder FSA, dass wir sind, äh, super kurz. Dann F...C...A... Hm, super kurz. SC... Hm. Vielleicht brauche ich ja mal einen Tötungsbewusstkennung, wenn ich, wenn wir schon da gewesen wären, naja, ist egal. Immer brauchen wir wieder Munitionen. Raketen wollen als erstes klar. Und dann die Mehrfachbeschütze. Wird schön, das wird schön. Hm. Ich glaube, das ist in mir pack so... Ist auf, da... Das war letztes Mal so. Ist nicht so ein Bänder. Äh, die ist da hinten. Äh, die ist da hinten. Da war fast so lange, wenn er da war. Und dann, äh, nach... Ach, nicht so... 5 Minuten... 10 Minuten... Aber ich habe gesagt, das war eh so nicht, äh... der Ziel. SCAN DETECTED Aaaaaaah... SCAN DETECTED Warte, eine Schwere Waffe. Zeitpunkt. Warte, ab ich Sek. Enseh, du... Warte, um hier. Mache, du bist dann einzigartiging. Du bist dann einzigartiging. Du bist dann mit meiner Waffe. Du bist dann müsstest wartige Waffe. Du bist dann auf jeden Fall. Jetzt fahr ein bisschen weg von dem. Okay, wenn wir gut sind. Ich werde die gerne von der Astro 4 einfach voll und stoppen. So wie X. Da wäre es die Leerdaste. So, da ist ein Geigel. Das ist ein Binderwurz, da will ich nicht, okay. Ist ja gut zu wissen. Naja, jetzt ist wohl einiges los. Da war ziemlich lange, bis ich die Schule wieder aufbauen. Ich brauche mal ein besseres Spiel, aber wie gesagt, ich will sie hoffentlich. Na, da ist er drauf. Was ist das davon? Na, der ist nämlich so. Oh, das schöpfe ich mich. Na, wie ist das Ding? Da ist noch eine Zeit, wenn ich da. Oh, hier gehen wir noch mal zurück und dann auch mit da und einmal genau. Der ist weg, die kupft. So, das ist noch eine Igel. Igel sind es oft. So, das ist wegschwunglos. So, das ist wegschwunglos. So, das ist wahrscheinlich der zweite Seine. Ja. Oh, es ist. Ja, es ist weggesprungen. Oh, das geht auch nicht zu uns. Das ist auch nicht gekommen. Ah, das ist ja. Oh, du hast. Nicht mal Gas geben. Jawohl. Level 100.000. Gut. Ja, damit ist eh gut. Na, er ist gesucht. Okay. Das war wahrscheinlich sein Partner. Vor und vor. Woher. In den Arm. Hm. Okay. Wir sind zwar recht weit. Ich muss halt hier mal schauen, ob man die irgendwie erhöhnen kann. Wahrscheinlich. Weil ich sehe sie schon auf dem Ding. Auf dem Toreis oder auf dem Radar oder Grabedar oder wie es halt immer heißt. Da war gerade was. Wahrscheinlich der Zug hier. Ja. Oh, da war schon mal die Kinder zusammen. Ach, was hat denn die Misch? Genau. Genau. Mama. Aber ich sage, vielleicht kaufen wir einfach mal ein neues Kampfschiff, vielleicht eine Bühne oder irgendwas in die Richtung. Ich meine, bin ich seit der Kempfer, aber es geht meistens nur 60. Das ist eigentlich, das dauert länger, dauert es nicht zu können, ob das eine Bässe ist, oder nicht. Der ist sauber. Dann jetzt da den Eider. Und dass ich immer den vorne haben muss, dass ich, ob mein Fisch hinten keine Saison oder sowas kann. Genau, das ist immer wie ein Rasset, ein ganz spezielles Kennes, ne? Das würde ja Daten links gehen. Oh, ich spürte. Oh, ich spürte. Oh shit. Zu vorbei, zu, zu vorbei. Wann schon? Außen bemerkt. Oh ja. Ey, du hast mir einen Raketen geschockt. Ich weiß nicht, warum ich dafür höre. Wir können ihn ja nicht. Hust mir mal. Wann schauen, komm schon. Wann schauen, komm schon. So, kill back. Guck mal. Der, der kann mir wahrscheinlich wieder nicht so sein. Aber so bei ihm. Auf den Schießen sicher schon, ja. Ja, sogar ein bisschen ins Ziel. Wann schon? Wann schießen? Oh, ja. Atten am 10000. Oh, ja, jetzt noch mal vorhin. Ich mach nur mal Gas. Wann schon mal? Und dann? Rückschub, rückschwacken. Wir wollen einfach einmal hierher fahren. Ja, das müssen wir wohlwachen. So geht mein... Nämlich so. Wer wollt's, wenn man nicht? Okay. Hm. Der wird's gewesen sein. Explorer versus Explorer. Komm, 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 komm. So... So... Was geht denn das geht schon? Was ist denn das wieder hier, oder? Ok, super! Ihr sucht! Aber kam jetzt hier uns wieder! Was ist das? Was ist das? Und ein Scout ist nicht auf der Bässe. Explore nicht auf der Bässe. Naja, das war ein Missumziel. Ganz für gleich. Ah ja. Hm, ja. Boah, wo ist 200.000? Das sind zwei Weipers. Ah nein, das ist die Bären. Das ist aber ja wichtig, dass man das weiß. Äh, wieder. Aber trotzdem können wir einfach doch was hier. Ähm, weiß ich. Da eben weiter. Genau. Genau. Genau, dann war es mal wieder. Äh, das ist endlich gut, ne? Ich meine, man sieht auch da. Wo ist die jetzt? Müsst ihr aber da mal sehen? Hat diese Arzt denn jetzt erreicht? Oh, ich bin außer Reichweite flogen. Ich bin in der Versichtung. Dämme. Kau schon mal. Ah. Wir sind ja irgendwie was hier erholen. Nein, das Material. Da ist noch das Schiff. Ah, der erste Schiff. Ah, der erste Schiff. Ah, der erste Schiff. Der erste Schiff. Er ist jetzt ein Problem. Da geht's auf den links. Wann wir weiter weg sind, Energie umleiten. Jetzt noch einmal boosten, genau. Wird schneller. Ah, ok. Entweder bin ich jetzt mal weg oder eh. Was? Der Rückschub übt zur Grenzen. Oh, ok. So, ich muss es reparieren. Wie viel haben wir da jetzt gewischt? 13, na gut. Wann ist wieder 3. So, nochmal. Jetzt eh gedacht, warte mal. Na. Äh. Äh. Gibt es hier nicht eine Station? Da gibt es eine. Die will keiner nicht. Oh. Fertig. Oh. 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 Jetzt kommt es um den Weg unterbohlen. Ich habe bis ich mal rausgekommen. Oh. 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 Wir sehen uns hier wieder um 3 Das wäre aber tiefer weg, wo kommt noch mehr? Wir fliegen so In 13 Uhr sind wir noch fast 7 Tage Auf den Kopf geht er jetzt schon Ok, 6.000 Wir müssen auf 6 Millionen Wir müssen auf 7 Behörden In der Nähe Dann braucht man eh nicht allein Irgendwann Man kann ja das auch in Zukunft gemeinsam machen Jetzt habe ich eine Gruppe gestartet Jetzt können wir sagen Wir machen solche Visionen Weil es ist eh nicht eine Vision Die könnt ihr mit euch teilen Oder passen willst Gehen sie auch ohne Und dann kriegt sie einen Anteil Also ich zahle Also wenn ich jetzt alle mal Allein macht natürlich ist egal Dann krieg ich das Geld Aber ich mach mal das dir Einmal dann kriegt sie auch für ihren Anteil Aber wie viel es dann ist Das weiß ich jetzt auch gar nicht Hm Hm So Ah, das gibt meiner Mutter nicht so Geld Ich stehe ja immer nur viel geschlagen Was? Was? Und jemand auf die Wortmacht schaut Er hat geeignete Landeplätze Freundlich tätig Hallo? Oh mein Noch einmal Das ist ein Milch. Heißt? Ich hab's eh schon gedacht, ich glaub die haben bloß ein Mittler und es kann sein, dass die vorher besetzt wurden. Aber nicht, dass der Computer das mir nicht sagen kann. Oh Mann, oder? Es gibt drei kleine. Großen gibt es gar keine. Und auch Mittler. Also ich hab keine Munition, das ist eine Scheiße. Was mich oft erstört, dass meine Mama in den Stab schon wieder startet. Äh... Man kann's nicht nehmen wir das Menü. Man, obwohl es... So. So, wie schaut's aus? 6,2 Millionen. Obwohl, weil ich noch in der Station drin ist. Oh. Oh, ich weiß nicht, was ich starte? Oh, ja. Ich hab nicht mehr den Ballen. No matter what you want this. Hm. Find ich's wahrscheinlich wie ein Mo. Zumindest oft auch im Bär. Weiß egal. Aber vielmehr trug das. Hm. So, da. Also das Deck kann mutieren und das finde ich wirklich blöd. Ich habe das Dere Equip beebe. Oh, Gott. Ja, ich hab alles gebieget. Was ist das? Das war's für heute. Der Kritiker ist richtig schön, ey. Warte noch was, auch nix. Wo, 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 wo. Komm schon, rückschub, rückschub aktivieren. Du fliegst nicht rückwärts. Komm schon, ich bin schon, das war schon für 10. Boost. Warte noch was, was mich gerade erst. Es ist zu wenig. Das ist ja, Bonnix. dann mal rüber bin ich bin jetzt nicht mehr weg von dem Ding bin ich einfach zu weg so shit schilde jetzt muss ich noch ein bisschen wehren über die enthaltsinbewusstseigen sexist feiergefecht weg 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 ja woher warte aber ich weiß ob da sind wir voll weg hier geht es bloß auf Kontakte die kleine Hebefuck ich weiß nicht mehr schweig aber ich weiß nicht mehr ne Anakonda die ist nicht gehört nicht so sie sind Wir sollen die Schettig machen mit dem, was ich hab. Okay, geht schon. Gib ein bisschen Gas. Da hat ein bisschen Energie um. Oh, da ist es. Verwächst aus. Hört nicht drauf. Wuh! Ich hab ein Millionen, ich hab ein Millionen, ich hab ein Millionen. Einfach so. Da ist ja wohl, da ist ja einer gar nicht. Aber ich hab ja letztens die Erle 10 an die Jungs mit ihnen. Also, boah. Da irgendwie ein Minen auskriegt. Da ist eine Kill weg. Oh. Da war eine Kill weg. Ja, boah. Die hat sich jetzt ausgezahlt. Ah, was ist? Wer denn sagt, dass es ist? Ähm. Wie soll sich jetzt auszahlen, ne? Der hat wohl nur Leo. Oh, wer will der Typ nennen? Ja, der gehört nicht. Neuling. Okay, der ist aber sauer, leider. Ich hoffe, dass ich den in den Kabern oder Ursul komm. Okay, der sieht jetzt. Hä? Also, muss ich noch. Ähm. Da ist noch nix für Aura. Sonst dürften wir auch noch. Gibt schon. Jetzt kaut die für die Wüfte. Und schon. Da ist ein Igel. Jetzt ist die Böe. Nein. Ja, nicht so süß. Warte mal. Da, da, da. Wo ist sie? Da, so, da, so. Da, so. Da, so. Er sucht aber nicht mehr so süß. Oh. 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 Der auch der Bildh. Die Tür. Die Tür. Der auch der Rauch. Da, 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 da. So, Luft 1 für den Gehirn, schießen wir schon drauf, durch die Gassen. Ja, jetzt gesucht, 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 gut. Er hat doch schon nichts gesetzt. Ups! Ich hab' die Strafe gedacht. Oh Gott, was ist das? Dürfte wohl ihn, wie wir ihn getroffen haben? Äh, weil... Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ah, der ist gut. Naja, da ist nicht chaot. Ja, wir suchen doch nicht. Unsere Ziele... Ah, ist egal. Naja, aber ich merke mich schon. Was ist denn? Oh, ich weiß nicht, weiß nicht. Ja. Kann ich nicht, aber ich muss nicht. Das ist ein B.A. der Klipp, dass ich wieder besser bin. Vielleicht ist es ein B.A. oder ein B.A. oder ein B.A. oder ein B.A. oder ein B.A. Der sieht etwas besser aus. Das ist ein K.A. Ihr habt auch gleich ambitioniert. Das ist Ach Athen. Ja, super Ja, ich habe gerade auch Energie in Angriff und viele am Neiden Booster, Booster, Booster Hallo, läuft da mein Schuh auf? Ja Oh, dann geht Müll auf und bin in die Fettig machen Oh, das ist jetzt ein Dremofas anleihen Da brauchen viele anleihen Kettenfleisch Wenn wirklich das Wald, nehme ich nicht, wenn ich da nicht so brauche, da wäre wie eine Anaconda Ich kann ja das angreifen meine, ja, diese Unselmann, die schon ein bisschen down ist Macht mir wahrscheinlich mit nur einem von Ihrem Aufmerksamkeit, welcher man glaubt Dann müssen sie es ja noch drauf hießen Hm Ich mein, dass ich gleich wieder eine Million auf dem Konto plus hab Ja, schon schön, aber ich will schießen die gar nicht auf dich Aber jetzt kriegt sie etwas ab Ja Warte, bis die Schild down ist Jetzt öffne, jetzt öffne Nein, jetzt öffne Jetzt Na weiter Die ist, weiß ich, da auf die Raketen Ja Die Brustentor ist vorbei Jetzt Jetzt mit der Raketen sind Das ist ein kleiner Okay, das kann Ja, kein Antimium Oh, die schöne Anaconda So So, was haben wir jetzt? Jetzt nehmen wir eigentlich mit der Raketen lassen Schauen wir mal, da haben wir Filter schonmal Äh Ja, Stationen Äh, die nehmen wir jetzt nicht Oh, ja, gut dann Ich gebe jetzt auf die Station Ah ja Ja, klar Ja, das Problem ist, dass der hinter dem Planeten ist Oh, nein Warte mal, äh Kann ich mit der Melch Schauen wir mal jetzt kurz mal, das ist jetzt nicht geworden Ahm Ja Äh Wo bin ich jetzt? Ja, weiß ich jetzt nicht Eigentlich sehen wo ich gerade bin Das ist jetzt mein Ziel Wo bin ich gerade? Hm Ähm Es ist mir gedacht Ob wir die Da mal Wann lass ich das nochmal lösen Da mal da Nein, das jetzt nicht Äh 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 Das Ding, no Das Ding speichern Ja Das Ding speichern Das ist jetzt eigentlich mal Ja Ich weiß nicht Da ist es eigentlich Wie wird es erwischt? 15, ne? Und wenn ich schon noch dritt lose hier 30, 45, genau So, jetzt müssen wir mit dem Blind-Mix, sonst wird man echt nachts mehr und jetzt schneller. Ja gut, 3 anderen Strafen muss jetzt sein. Für was, äh, hab jetzt echt keine Ahnung. Äh, deswegen sehen wir ja keine Dümmel. Dümmel passiert ja schon öfter, als du mit dem Gericht. Auf denen du das eigentlich nicht aufgesetzt hast. Naja, wir müssen jetzt mal im Blind-Mix bis hier noch da. Na, jetzt geht's. Komm schon, geht es schon. Na, da, hier, der bleibt. Da, weiß ich nicht mehr drüben, okay, ist egal. Jetzt sind auch schon vorbei. Also, der bleibt, wo die Ringe halt sind. Und auf der anderen Seite ist ja dann die Fischestation. Na, na, ja. Lustig, dass man immer so um die 60% schauen kann, ne. Wenn man jetzt auch noch 80 wäre, hätte ich jetzt auch scheiß drauf. Aber bei 60%, ne. Wenn man logisch denkt, wenn man so Sachen macht, der ist dann noch mal auf 40% abgezirkt, ne. Da unten ist schon gefährlich noch zur Zerstörung, ne. Und wenn man jetzt mal das nicht leisten kann, ne. Das ist jetzt nicht das Problem. Äh. Wenn man so weiter zum Verlust drauf, ne. Hehehe. Dass er hier schon zerst. Ne. Was ja logisch ist, ne. Braucht mir hier einiges an Munition. Und Reparaturen. Ja. Aber jetzt irgendwie, jetzt vermutlich schon ein Drittel circa erledigt. Ähm. Vielleicht bei, ich weiß nicht, einem großen, großen Teil wieder selber machen. Äh, also Solo machen. Ähm. Vielleicht dann vielleicht bei den letzten 5 oder sogar wieder einschalten. Bin mir noch nicht sicher. Ähm. Also bei meinem Fernseher. Ähm. Die 5e. Da muss ich ja noch wegwaschen. Hm. Hm. Oh. Die 5e. Was ich ja noch wegwaschen? Hm. Oh. So. Juh. Juh. Oh. Ah ne, ich bin wirklich noch 7.00 Uhr frei, äh, Zeit. Sorry, äh, 9.00 Uhr an der 5.00 Uhr schon erwischt. Und wir müssen uns das einfach merken, ey. Weil das Ding, das ist einfach nicht. Blacon, Juliet, Oscar, Portel, please comply with access protocols before commencing docking procedures. Er stellt jetzt eh anonyme Zugriff. You are approved for automated docking sequence. Das ist jetzt erst nicht schafft sein. Ich finde ja auch teilweise ein bisschen blöd, dass ich mich einfach als E-Mail überweisen kann, ne. Wir sind jetzt heute schon teilweise über den Griff, ne. Man muss nicht extra zur Station kriegen, ne. Oder irgendwo hingehen, ne. Du, äh, äh. Jetzt geht ja auch grad... ... zur Finanz, äh, geht ja auch... ... also Steuerausgleich und diese Sachen gehen halt schon auch da, äh, online, ne. Bitte, wieso soll das nicht gehen? Und grad meine ich nur 300, äh, Ding, das ist ja gar nichts. Bitte, ich hab schon mal für's... ... jeden wo auch jemanden angeflogen. Da weiß ich ja 1000 Euro oder so. Das war mehr so. Wenn 1400 Euro hochgeht. So littleiss wie ein 1 Million. 507, yes. 7,6 wahrscheinlich. Oder sowas in die Richtung. Ja, die Nachtsicht, äh, ich schau dir jetzt nicht aus, ich weiß, ich schau dir ein bissig umfass. Guck mal, erst mal hin, tut man sich da doch sehr viel leichter. Ja, man kann es jetzt nicht mehr auftanken oder reparieren, erst nicht mehr. Erst nicht mehr, jetzt ist alles gespielt. Bitte. Ja, 7,7 sogar. Nicht schlecht. 7,7, nicht schlecht. Ist eigentlich jeder nicht wieder, nicht ganz aus wie der Furt, die Hälfte. Äh, ja. Na, der ist Hightech, der Machen. Na, die Igel, die haben wir da schon. Genau. Wo der Dolphin, das stimmt, warte mal, müssen wir mal schauen. Ich meine, es ist schon nicht schlecht ein Passagier, aber ich glaube auch der Dolphin, der ist wirklich deutlich für mich am schwächsten. Der braucht ja eben, der braucht ja noch einen kleinen Platz, warte mal. Okay. Und was hat denn der für Slugs? Okay. Warte mal, der hat nur... Okay. Der hat A, Passagierkabine. Auf 5. Okay. Ähm, also... Nein, jetzt doch ein bisschen. Ähm. Ich krieg... Ich glaub, das ist was Neues, wie ich meine. Also, naja... Ich hab's schon mal zu sehen auf der Xbox damals, aber jetzt war da was neu. Genau, die Orca. Vielleicht das Mittel, oder? Ich glaub, der Beluga ist dann das große. Die Orca sind deutlich besser. Neuer fährt der Lenz. Ganz schön. Aber da hab ich noch nie gehabt. Ne Python. Ne Python wäre nicht schlecht, weil ich sechsmal schon mit der Erde ist. Ne Python. Ne Python. Ne Python. Die wäre schon... Ne schlecht. Okay, müssen wir nicht. Ne. 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 auch schon mal einen großen, ne? Ist natürlich jetzt nicht so gut, da kann man nicht mehr überall und auch nur, wer... Windy hat schon was. Wer Allianz hieß, der muss das auch, naja. Das hab ich noch mal in eins mal, wo noch wird das Ganschip gehabt. Na, da kann man genau das Ganschip, aber da kann man irgendein Feiterding einbauen, ne? Eine Feiterbucht, mein ich. Na. Gib nein, naja. Na, na. Na, der schaut schön cool aus. Aber natürlich, der Fendi doch kommt ein bisschen anders aus, als der Transporter 710er. Der Defendi. Defender. Na, der schaut, der schaut noch ähnlich aus, ne? Na, der dick wäre kein Wett. Ja, gut. Da ist nicht nur... Da wollen wir ja nicht nur das Geldproblem, sondern halt... Warte, da ist komm sicher. Okay, gut. Ich glaub, das ist wie früher nicht gegangen. Was ist denn? Ich hab' mal mit einem Schiff. Das ist ja auch nicht schlimm. Ja. 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 So. So, jetzt mal auf die Stadt. Genau. Ja. 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 Ja, das ist ja auch. Ohne Überzugriff Finde ich lustig, dass er es uns automatisch macht Da drückt es drauf und er fahre einfach rein Genau, jetzt hat keiner da Ähm, wie soll es eigentlich denn? Ähm... Nein, es ist die elektrische Ah, Tötungsbefehl Wieviel kostet ihr? Eine Million Ähm... Okay Meine Masse Oh gut, jetzt hat er keine Zeit an sich Die Reichweite ist nur Wird Wird ja 3 Ich würd sagen, da nehme ich den noch Weil der hat 2,5 Wenn man denkt, der kostet 40 und der kostet Ähm... Einiges mehr, ne? Und der kostet fast das gleiche Ähm... Und der kostet fast das gleiche Ähm... Ehm... Ähm... Genau, ich mein, das hat's passt In den Basis... Ähm... Ähm... Kraftwerk wird man immer noch nichts brauchen Das hat's... Was? Also das ist 6er Teil 5a Ja... Mit 5 Minuten kosten Dann mal... Kann man weitersprengern Das ist alles mehr Geschwindigkeiten Dinge... Ja, komm, dann machen wir mal schauen Ich glaub, B sind die schweren, meine ich Dann mal Masse 16 Genau, immerdiat Genau C sind, glaub ich, dann die Mittel, meine ich Wird's nicht so viel rausgeben Ähm... Ein Tag wäre schon mal praktisch Wenn man ein bisschen besser hätte Ähm... Ähm... Aufsteck gespringen 25 jahre Es ist dann doch... Ich mein, da ne... Ja... Also 5 Millionen Oder Energieverteiler Ähm... 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 Also... Als erstes Wird man wahrscheinlich kein Kraftwerk Woll... Aber... Sagen wir mal... Weil sind jetzt schon ziemlich voll Nö... Und wenn man es da irgendwie nicht so ausschaut Aber... Ich bin sofort... Genau... Sagen wir ja jetzt kommen Ähm... Ähm... Äh... Ahja... Äh... Für Robben... T... Stimmt auf 2, so... Ähm... Warte, vorher geht's, ich hier ziemlich lang... Wie geht damit? Ich mein... Familie... Für was gehen wir... Ja... 10,6... So... Mein Dank fürs Zuschauen Bis zur nächsten Folge Bis bald... Tschüss...